hat, bewegt hat, wo es auch Mut erfordert, Schritte aufeinander zuzugehen, eben nicht vorbeizugehen, wie wir es vorher gesehen haben im Film. Ihr habt das gemacht, ganz konkret, indem ihr obdachlose Menschen in Ungarn unterstützt habt, auch gesagt habt, unsere Nächsten, da machen wir nicht Halt an den Grenzen, sondern blicken auch über die Grenzen hinweg. Konkret habt ihr das mit zwei Organisationen gemacht, habe ich gehört, habt geholfen auf unterschiedlichste Weise, habt euch aber auch auf Gespräche eingehen.